Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-swerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Max Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge ein spannendes Interview mit dem Chris. Ich habe den Chris auf der Baumesse in München getroffen. Und erstmal Chris, hi, wie geht's dir und wie war dein Tag heute in München? Ja, hallo, hier ist der Chris. Bautag war super auf der Messe heute, ein bisschen anstrengend durch viele Leute, viele Reden, viele Themen zum Austauschen, aber doch sehr konstruktiv. Sehr schön, sehr schön. Chris hat sich auf die Fahne geschrieben mit dem Thema des nachhaltigen Bauens, vor allem auch im Bereich mit Lehm eben zu arbeiten. Sag mal, wo bist du unterwegs, in welchen Rösenordnungen baust du, wo baust du regional auch, dass man so ein bisschen einen Überblick dafür darf. Also ortsansässig bin ich in Waldnerhofen, das ist bei Kempten im Oberallgäu. Tätigkeitsfeld, so Umkreis 100 Kilometer, also Allgäu, Oberschwaben, Bodenseekreis etwas. Und alle Lehmbau, Lehmputzarbeiten, spezielle Umbauten im Denkmalbereich, Altbausanierungen und teilweise noch ein bisschen Holzbau mit dabei. Aber alles so im ganzen großen ökologischen Bauen. Ja, sehr gut. Genau. Und ja, die Nebengeräusche hier auf der Messe sind natürlich da, aber das kriegen wir mit dem Programm sehr gut, glaube ich, unterdrückt. Mal schauen, ob man das nachher hört. Naja, ich bin gespannt. Genau. Lehm, 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 Putz oder Lehm, Bau ist ja ein ganz entspannendes Thema, wie ich finde. Das hat ja viel für den Wohnkopf vor, für die Feuchteregenierung etc. Wieso, wie kamst du zum Lehm? Was war bei dir der Backline? Als gelandeter Zimmerer war ich natürlich auf der Baustelle. Wir kommen jetzt in einem Baustoffel damals tätig, vor über 17 Jahren. Traf ich dann auf der Baustelle einen Lehmbauer, wo tatsächlich Lehm an die Wand geknallt hat. War sehr interessant und spannend, was er erzählt hat. Und dann bot sich die Zusammenarbeit an und so nahm das Ganze seinen Lauf. Das hat sich dann so herausentwickelt, dass dann der Kollege aufgehört hat. Und ich, wenn es dann weiter betrieben habe, immer noch so teilweise Holzbau, teilweise Lehmbau. Aber es hat sich die letzten Jahre dann immer mehr so entwickelt, dass sich das nachhaltige Bau immer mehr durchsetzt. Und das ganze Thema für mich sehr spannend schien. Ich mich immer mehr informiert habe, es selber praktisch viele probiert habe. Speziell eben mit Lehmen und speziell eben mit natürlichen Baustoffen mich befasst habe und dies umgesetzt habe. Ja, und wie man sieht, das ist schon ein alter Baustoff, aber eben modern wie noch nie. Und ich denke schon, dass es die Zukunft bringt, dass man einfach dann mehr auf Naturbaustoffe Wert legt und auch setzt, als auf konventionelle Baustoffe. Wenn jemand auf dich zukommen würde und sagen würde, hey, ich habe mit Lehm, kann ich nichts anfangen. Ich weiß ja gar nicht, was es ist. Ich weiß ja generell den Unterschied von dem Gipsputz oder dem Lehmputz, was da für ein Unterschied ist. Wie würdest du es ihm erklären, warum Lehmbau oder Lehmputz oder allgemein im Innenbereich so interessant ist? Also Lehm im Speziellen ist ein natürlicher Produkt, also ein natürliches Material, wird gewonnen aus einem regionalen Lehngohlen, muss mit wenig energetischem Aufwand nicht produziert, aber soweit gemischt und hergerichtet werden, dass er dann verarbeitungsfähig ist, maschinell wie auch händisch. Die Vorzüge, Vorteile von Lehm besteht eben dann in natürlichen Eigenschaften wie das Wohnklima, also sprich die Luftfeuchtigkeit zu regeln, Schadstoffe zu neutralisieren oder schlechte Güriche zu absorbieren, teilweise auch Elektrosmog in einem gewissen Maße. Es ist ein Wärmespeicher, es ist ein kaltes Speicher und das wertet einfach das Haus oftmals natürlich auch mit der Zulach auf, durch die interessante und natürliche Optik. Ja, genau. Würdest du den Lehmbutz dann überstreichen oder würdest du deinem Lidchen roh lassen? Es gibt verschiedene Varianten, wie man Lehnen behandeln kann, beziehungsweise die Oberfläche festigen kann. Das wäre einmal natürlich mit Lehmfarbe das Ganze zum Behandeln, zum Streicheln oder mit Kalkfarbe. Ansonsten ist eben Wert darauf zu legen, dass es Farben sind, die wo diffusionsoffen sind, also sprich keine Kunststoffanteile haben, was wie meinetwegen auch konventionelle Dispersionsfarben halt vieles haben. Eben, dass die guten, natürlichen Eigenschaften vom Lehm immer noch gewährt bleiben und gewährt sind. Was wäre dein Favorit? Wie würdest du das Matten bei dir da einmodeln? Ich würde ein konventioneller einfach Schilfraummatten, Lehmunterputz, Lehmoverputz, teilweise mit Stroh vielleicht sichtbar lassen und sonst mit Lehmfarbe streichen. Es gibt über 140 verschiedene Lehmfarben, also da lässt keine Wünsche offen. Ich finde es ja schön, wenn das so natürlich ist, also wenn das Material auch dann, wie du gerade gesagt hast, dass man das Rohr vielleicht auch nochmal spürt und sieht und das finde ich immer ganz schön eigentlich. Das Thema ist ja auch ganz oft, man hat bei Sanierungen das Thema, dass, jetzt hast du ein altes Haus gekauft, dann musst du irgendwie Rassholzbalken legen etc. etc. Du willst vielleicht oder kannst vielleicht gar nicht auf dem Boden bei meinem Heizungshaus deine Flussbodenheizung hinbringen, dann kommt das Thema der Wandheizung in den Stiel. Die beendet sich da, Lehm bzw. auf die Wandheizung, wie stiehlt das zusammen? Ist es eine gute Kombination? Also meines Erachtens nach ja, also das spricht alles dafür. Lehm dient ja eben als Wärmespeicher, also sprich durch die Offenporigkeit bzw. die Einschlüsse, oder Verbindung mit Stroh oder Flachs in Verbindung, wo beigemischt wird. Und dementsprechend, wenn das Rohr dann eingepackt ist im Nassverfahren, kann die Oberfläche dann wieder gestaltet werden, wie man es möchte. Es gibt natürlich auch Nebenbauplatten mit integrierter Heizungssystemen, wo an Wänden natürlich aber auch an Decken montiert werden kann oder Dachschrägen beispielsweise. Der Vorteil ist eben dann, dass die, wie gesagt, dass einfach die Wärmespeicherung einfach dann da ist, beziehungsweise im Sommer das Kühlende, ja, da ist ja. Genau. Also hast du damit viel zu tun, dass eben Wandheizungen verbaut werden? Ja, schon relativ viel. Es kommt immer wieder vor. Wie gesagt, eben im Altbaubereich ist es oft der Fall, im Weg geringer Aufbau, wie vom Boden, von der Sanierung. Da kommt eigentlich meistens dann die Wandheizungsentfuge. Wandheizung macht generell schon Sinn, ab einer gewissen Größe von der Berechnung. Das muss man sich halt dann einmal von einem Heizungssanitär-Fachbetrieb sicher ausrechnen lassen unter Umständen, dass sich das auch wirklich dann rentiert. Das ist auch nicht geboten, an welche Wände man das montieren muss. Also es können Außenwände genauso wie Innenwände auch sein. Ja, je nachdem, es kann auch leicht mal ein Schrank davor stehen bleiben, macht auch nichts. Unbedingt ist es dann so, ja, aber im Großen und Ganzen kann man schon recht flexibel leben mit Wandheizung als Wärmequelle verbauen. Zudem wirkt es noch gerade im Altbaubereich so mit aufsteigender Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit in der Wand gut für die Substanz, dass eben das Ganze gut durchwärmt wird und dass die aufsteigende Feuchtigkeit, wenn sie in gewissem Maße gehalten wird, sich verringert bzw. das Bauerwerk trocken wirken. Jetzt kommt der Praxistest von den Bauherren selbst, die dann sagen, ja, aber was mache ich jetzt mit meinem Bild, was ich dann aufhängen will. Jetzt kann ich da meine Bilder, die ich einfach auf der Wand aufhängen. Wie ist es so? Ja, zum Teil natürlich schon. Es gibt auch Detektoren, wo es rausfinden, wo die Wandheizung verläuft. Also das Wärmebildkameras. Die Schlaufen sind ja nicht so eng bei... Also man kann es dann schon gut auch vorher natürlich festlegen. Beim Nassverfahren sieht man es ja sowieso noch. Bei Limbauplatten mit Heizungssystemen ist es auch gekennzeichnet bzw. verablicht gekennzeichnet bzw. markiert. Das sieht man genau, wo man was befestigen kann. Bei größeren Lasten, bei Konsollasten oder sowas muss man vorher festlegen und die Wandheizung dementsprechend rummontieren. Aber es spricht eigentlich nichts dagegen und es ist auch nichts irgendwie hinderlich, und irgendwas sieht dann die Wohnungseinrichtung oder wie sich eins umschränkt. Ja, ja, sehr gut. Ja, was beschäftigt dich gerade aktuell bei deinen Projekten? Also wo merkst du gerade, dass die Ängste oder auch die Chancen liegen irgendwie aktuell? Kannst du das nochmal sagen? Also allgemein, also ich habe ja viel im Altbau oder überwiegend im Altbau zum tun. Altbausanierung, Denkmalsanierung, Denkmalbereich. Natürlich, aber durchaus, es kommen sehr viele Architekturbüros auf mich zu, unter anderem die, die sehr daran interessiert sind, mit zu der Bauwende dabei zu tragen, auf nachhaltige Baustoffe und speziell mit Lehm zu setzen, weil Lehm eben doch recht viel Gestaltungsmöglichkeiten hat oder auch Möglichkeiten zum Konstruieren, zum Bauen und einzumsetzen. Also da lässt man eigentlich, also man kann den modernen Architekturstandard genauso gut halten mit natürlichen Baustoffen wie Lehm, wie auch im Altbau. Also das, man kann den architekturisch, steht Lehm nicht hinten an. Also man kann wirklich dadurch alles machen, als Oberflächengestaltungen oder bestimmte Anschlüsse mit Schattenfugen oder sowas. Also man kann genauso gut modern auch bauen. Ja, wenn die Zuhörer jetzt noch eine Frage an dich hätten, dürfen die die Frage gerne nochmal an mich schicken. Also nicht direkt an dich, dann kriegst du eine Blut oder so vielleicht. Eventuell, wer weiß. Gerne an mich, an die Info-at-baue.de. Ansonsten, wenn man irgendwie mehr von dir wissen will, wo kriegt man dich erreicht oder wo kann man mehr von dir sehen? Bei Instagram vor allem unter chris.lehm.holz. Ansonsten im Internet auf materiolehm.de. Super, danke dir. Wir verlinken das. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir doch eine gute Heimfahrung. Du hast ja nicht so weit. Du bist ja der Wohlsein in Bayern. Das ist ja ein Heimspiel für dich. Ja, so nicht. Genau. Und ja, wenn noch Fragen kommen, wenn noch Fragen da sind zum Thema Lehmbau, wenn da nochmal irgendwie Fragen bei mir eintrudeln und wir nochmal uns abreden für ein Zoom-Interview oder sowas, so müssen wir da nicht face-to-face schauen, aber danach haben wir es schon mal gesehen, können wir das auch gerne nochmal machen. Gerne. Super. Danke dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020